Natürlich gibt es nicht die richtigen Kameraeinstellungen für die Hochzeitsfotografie, denn dafür müsste es auch die eine richtige Art und Weise geben, Hochzeiten zu fotografieren. Und das kann es nicht geben und es wäre arrogant von mir zu behaupten, ich hätte die eine richtige Art und Weise gefunden, wie man Hochzeiten zu fotografieren hat. Es gibt unterschiedliche Stile, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen und Möglichkeiten, Hochzeiten darzustellen. Wichtig zu wissen ist, dass meine Kameraeinstellungen den Bildlook und die Ästhetik immens beeinflussen. Zunächst muss ich mir also im Klaren darüber sein, wie ich Hochzeiten darstellen möchte. Speziell in den ersten Jahren waren wir sehr inspiriert durch einen hellen, natürlichen Bildlook und wir haben in Weiterbildung investiert, Workshops besucht, um diesen Bildlook kreieren zu lernen. Wir haben wahnsinnig viele freie Projekte fotografiert, Learning by Doing, bis wir irgendwann unser Ziel erreicht hatten. Und dann haben wir neue Vorbilder gefunden, die wiederum einen etwas anderen Bildstil fotografiert haben. Und wir haben versucht, diesen Bildlook kreieren zu lernen. Und das hat dazu geführt, dass wir komplettere Fotografen und Fotografinnen wurden. Das heißt, wir konnten viel besser auf verschiedene Situationen am Hochzeitstag reagieren. Und genau darum geht es doch. Wir werden jedes Wochenende in Situationen geworfen, die wir vorher so noch nicht vor uns hatten. Wir müssen also reagieren lernen. Und es ist daher sinnvoll, nicht nur einen einzigen Stil auszuprobieren und gut darin zu werden, sondern in viele verschiedene Stile mal reinzuschnuppern. Denn dadurch wirst du zu einem viel kompletteren Fotografen und einer kompletteren Fotografin. Und du wirst auf verschiedene Situationen und Herausforderungen, auf die du zwangsläufig stoßen wirst innerhalb der Hochzeitsfotografie, wirst du Antworten haben. Gute Köche reisen um die Welt und arbeiten in vielen verschiedenen Restaurants. Und das führt dazu, dass sie immer besser werden in ihrem Handwerk. Am Ende deiner Entdeckungsreise macht es natürlich Sinn, dich zu spezialisieren. Denn für deine Spezialisierung und für deinen Stil wirst du dann gebucht. Wichtig ist außerdem, dass du die volle Kontrolle über die Belichtung hast. Dafür musst du im manuellen Modus fotografieren lernen. Die Kamera sollte speziell in schwierigen Lichtsituationen nicht entscheiden, wie das Foto belichtet wird. Außerdem musst du deine Technik blind beherrschen lernen. Denn wenn du am Hochzeitstag nachdenken musst, wie muss ich die Kamera einstellen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen, dann ist die Situation vorbei. Am Hochzeitstag passieren Dinge, die sind nicht reproduzierbar. Du kannst nicht sagen, alle nochmal zurück, ich hab's nicht. Sondern du musst in der Lage sein, die Kamera blind schnell einstellen zu können. Weil du genau weißt, wenn ich sie so einstelle, dann erreiche ich diesen Bildlook, den ich erreichen möchte. Und das ist die Voraussetzung, um kreativ arbeiten zu können. Weil wenn du gedanklich nicht mehr bei den Einstellungen bist, dann hast du Kapazitäten frei, um kreativ arbeiten zu können. Und natürlich spielt dein Werkzeug eine große Rolle. Du solltest nicht in Lichtsituationen ausgeliefert sein, sondern du solltest lichtstarkes Equipment besitzen. Deine Linsen sollten in der Lage sein, auf viele verschiedene schwierige Situationen reagieren zu können. Denn es bringt dir ja nichts, wenn du zwar in der Theorie die Kameraeinstellungen beherrschst, dein Equipment das aber überhaupt nicht umsetzen kann und du dann ausgeliefert bist. Es ist wichtig, in gutes Equipment zu investieren, um in die Hochzeitsfotografie einzusteigen. Die Lichtsituationen sind schwierig. Außerdem ist es wichtig, dass deine Kamera zwei Kartenslots hat, um ein Backup zu haben, falls eine Karte defekt ist, verloren geht, kaputt ist, was auch immer diese Dinge, die passieren. In der Hochzeitsfotografie sind die Dinge nicht wiederholbar und es sind immer wieder schwierige Situationen. Daher brauchst du leistungsstarkes Werkzeug, das deine Arbeit unterstützt. Kommen wir zu den Kameraeinstellungen, die für uns gut funktionieren und die für dich eine gute Basis sein können, um bestimmte Ergebnisse zu erreichen. Zunächst arbeiten wir, wie besprochen, im manuellen Modus. Wir haben also die volle Kontrolle, wie das Foto belichtet wird. Es gibt Situationen, da kann die Kamera das natürlich auch, weil die Lichtsituationen sehr gleich sind. Das ist sehr, sehr offensichtlich. Alles befindet sich beispielsweise im Schatten. Im Laufe des Hochzeitstages kommen aber Situationen, da musst du die volle Kontrolle haben. Und um überhaupt nicht aus der Übung zu kommen, fotografieren wir einfach den kompletten Hochzeitstag im manuellen Modus. Wir haben die volle Kontrolle und wir steuern Belichtung, Verschlusszeit und den ISO-Wert. Die erste Entscheidung, die wir treffen, ist die über die Blende. Und wir fotografieren grundsätzlich sehr offenblendig. Dadurch trennen wir den Vordergrund vom Hintergrund. Und wenn ich sage, wir fotografieren sehr offenblendig, dann meine ich Zahlen von 1.8, 2.0 oder auch mal 1.6. Den ISO-Wert, also die Lichtempfindlichkeit des Sensors, halten wir im Laufe des Hochzeitstages so gering wie möglich. Er liegt meist im Laufe des Tages bei 100 und wird nur am Abend erhöht, wenn wir weniger Licht zur Verfügung haben. Wir arbeiten also offenblendig und mit einem geringen ISO-Wert. Wir regulieren daher die Belichtung über die Belichtungszeit. Wichtig ist, dass wir mit mindestens einer 125. oder kürzer arbeiten, um scharfe Fotos zu gewährleisten. Denn die Menschen, die bewegen sich natürlich. Und ich möchte in den meisten Fällen, dass die Fotos scharf sind. Wenn ich mit Bewegungsunschärfe arbeiten möchte, dann nehmen wir andere Zahlen, vielleicht von einer 60. oder einer 80. Und dann kommt eine leichte Kamerabewegung hinzu. In den meisten Fällen wollen wir aber scharfe Fotos kreieren. Und da arbeiten wir mindestens mit einer 125. oder kürzer. Wir arbeiten den kompletten Tag über mit dem Autofokus. Da gibt es eine Eye Detection. Und das funktioniert so gut, dass ich mir darüber nie Gedanken mache. Auch bei Videos ist es so, dass selbst in schwierigen Lichtsituationen der Fokus die Menschen erkennt und drauf kleben bleibt. Selbst wenn die sich bewegen und selbst wenn die beispielsweise am Abend tanzen unter schwierigen Lichtbedingungen. Autofokus ist seit wenigen Jahren einfach gar kein Problem mehr. Der Autofokus, die Eye Detection funktioniert. Und genau damit arbeiten wir. Auch der Weißabgleich bleibt im Automatikmodus. Ich kann gegebenenfalls in der Nachbearbeitung das Foto noch etwas wärmer machen oder etwas kühler. Das machen wir aber nur minimal. Und dafür müssen wir nicht an der Kamera am Hochzeitstag den Weißabgleich ändern, sondern wir arbeiten mit dem Automatikmodus. Und das funktioniert sehr gut. Den Bildstil belassen wir auf Standard. Wir arbeiten mit Canon EOS R6 Kameras und wir mögen die Canon Farben. Das war einer der Hauptgründe, warum wir uns für Canon Kameras entschieden haben. Unsere Presets funktionieren mit diesem Bildlook. Und daher belassen wir den Bildstil auf Standard. Mit diesen Kameraeinstellungen wirst du die meiste Zeit am Hochzeitstag keine Probleme haben. Es gibt spezielle Situationen, da musst du reagieren. Aber diese Kameraeinstellungen bilden eine gute Basis. Und sie sind einfach. Du musst nicht viel nachdenken. Du kannst es schnell lernen. Und das ist einer unserer Hauptziele. Wir möchten die Dinge einfach halten. Denn wenn wir sie einfach halten und wenn wir nicht viel nachdenken müssen über die Kameraeinstellungen, dann führt das dazu, dass wir freie Kapazitäten haben, um mit Menschen zu kommunizieren, um zu reagieren auf Situationen. Wir verpassen keine Momente. Das heißt, mach es dir so einfach wie möglich, aber behalte dabei die volle Kontrolle über deine Kameraeinstellungen. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass es viele verschiedene Art und Weisen gibt, Hochzeiten abzubilden. Daher ist es wichtig, dass du dich ausprobierst, dass du herausfindest, was für dich funktioniert. Dass du auch außerhalb deiner Spezialisierung Techniken beherrschst, um so reagieren zu können, auf viele verschiedene komplexe Situationen, die am Hochzeitstag sich auftun können. Es ist notwendig, dass du leistungsstarkes Werkzeug bei dir hast, sodass du schwierigen Lichtsituationen nicht ausgeliefert bist. Du musst deine Technik blind beherrschen, sodass du dich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren kannst. Die Menschen vor deiner Kamera und die Momente, die nicht wiederholbar sind. Denn eigentlich buchen Menschen, die heiraten, keine Fotografen oder Fotografinnen, sondern sie buchen uns als Beobachter. Wir haben unsere Kamera dabei, aber eigentlich sind wir Beobachter und wir halten für sie die Dinge fest, die sie gar nicht wahrnehmen, die an ihnen vorbeiziehen, weil sie viel zu aufgeregt sind. Wir sind Beobachter und damit wir gut beobachten können und damit wir Dinge in einem bestimmten Stil festhalten können, ist es wichtig, dass wir die Technik beherrschen und dass wir uns Systeme bauen, die einfach sind. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Benutzt du andere Einstellungen oder hast du vielleicht Ergänzungen? Wir lesen uns in den Kommentaren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.